Ich lerne Deutsch. Nummer 13703 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Keine Angst! Ich fahre nur ins Theater. Dort wartet man schon auf mich. Wo finde ich eine Autowerkstatt in der Nähe? Selten war das Team so gut vorbereitet. Betont, dass das Team nur in wenigen Fällen so gut vorbereitet war. Die Quelle des Lachens liegt oft in den einfachen Freuden des Lebens. Die Quelle des Lachens liegt oft in den einfachen Freuden des Lebens. Ein Begleiter kann ein Freund, ein Familienmitglied, ein Partner oder sogar ein Haustier sein. Die Gesellschaft trägt Verantwortung für die Integration von Migranten. Die Gesellschaft trägt Verantwortung für die Integration von Migranten. Die Hoffnung auf Veränderung ist der Motor, der uns mutig voranschreiten lässt. Die Hoffnung auf Veränderung ist der Motor, der uns mutig voranschreiten lässt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Hoffnung auf Veränderung ist der Motor. Die Hoffnung ist der Motor. Die Hoffnung ist der Motor. Die Hoffnung ist der Motor. Untertitelung des ZDF, 2020